Hallo, ich zeige euch heute, was bei der Montage von Bremsscheiben und Bremsbelägen zu beachten ist. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr mit der richtigen Vorgehensweise Probleme vermeidet und warum es sich lohnt, 1-2 Minuten mehr Zeit für die Bremsenreparatur zu investieren. Ich bin Frank Schmidt und verantwortlich für den technischen Service. So, was ist bei der Reparatur einer Scheibenbremse zu beachten? Wir von Continental sagen immer, dass die Reparatur schon vor dem Schrauben beginnt. Kommt ein Fahrzeug mit dem Bremsenreparaturauftrag in die Werkstatt, ist zuerst eine Sichtprüfung der verschiedenen Bauteile durchzuführen. Durch eine erste Sichtprüfung der Bremsbeläge und der Bremsscheiben kann schon vor der Reparatur ein Eindruck über den Zustand der Bremsanlage gewonnen werden. Sind die Bremsbeläge einseitig oder schräg im Bremssattel verschlissen? Wie sieht das Tragbild der Bremsscheibe aus? Ist die Bremsscheibe stark korrodiert? Gibt es Verfärbung oder Riefen? Weil die Bauteile der Achse auch einen direkten Einfluss auf das Bremsverhalten haben, sind diese zu prüfen. Sind die Spurstangenköpfe, Querlenkerlager und Radlager spielfrei? Und auch das Verschleißbild der Reifen kann auf Fahrwerksprobleme hinweisen. Schaut also genau hin. Gibt es bei einem der genannten Punkte eine Auffälligkeit, muss die Bremsenkomponente und der angrenzenden Bauteile bei der Reparatur ein besonderes Augenmerk gerichtet werden. Und klar, festgestellte Beschädigungen am Fahrwerk und den Reifen sind im Rahmen der Bremsenreparatur natürlich auch zu beseitigen. Nach der ersten Sichtprüfung der Bauteile kann nun mit der Reparatur begonnen werden. Schauen wir uns also an, was bei der Reparatur einer Bremsscheibenanlage wichtig ist. Bei der Demontage des Bremssattels und der Bremsbeläge ist auf die benötigte Kraft zur Demontage zu achten. Ist der Bremssattel schwer zu entfernen? Ist der Sattel leichtgängig zu verschieben? Sind die Bremsbeläge in den Führungen festgerostet? Wenn ja, sind die Führungen vor dem Einbau neuer Bremsbeläge gründlich zu reinigen. Wenn die Bremsbeläge verschlissen sind, empfehlen wir grundsätzlich auch den Austausch der Bremsscheibe. Wenn der Bremssattel und die Beläge ausgebaut sind, kommt im nächsten Schritt die Demontage der Bremsscheibe. Die Bremsscheibe ist jetzt also demontiert. Der nächste Schritt ist die Reinigung der Radnarbe. Wie immer bei der Bremsenwartung und Reparatur gilt, Sauberkeit ist das A und O. Die Zeit für eine gründliche Reinigung der Bauteile muss ich mir nehmen. Bei der Reinigung der Radnarbe denkt bitte auch immer daran, die Zentrierung für die Aufnahme der Felge zu reinigen. Wenn die Radnarbe sauber und metallisch blank ist, kann ich sie mit einem H-Lineal auf Planheit prüfen. Und auch der Seitenschlag der Radnarbe ist zu messen. Der Seitenschlag sollte nahe Null sein und darf einhundertstel Millimeter nicht überschreiten. Noch ein wichtiger Hinweis, die Radnarbe darf nicht gefettet werden. Macht das bitte nicht falsch. Dünn aufgetragenes Sprühöl ist als Korrosionsschutz aber zulässig. Jetzt geht es auch schon wieder an den Zusammenbau. Wir starten mit der Bremsscheibe. Was ist hier wichtig? Auch die montierte Bremsscheibe muss auf Seitenschlag gemessen werden. Hier gilt, der Seitenschlag darf sechshundertstel nicht überschreiten. Und damit die Messung aussagekräftig ist, montiert bitte die Bremsscheibe mit mehreren Radbolzen. Dabei müsst ihr Distanzhülsen verwenden. Wird hier der maximal zulässige Seitenschlag von sechshundertstel überschritten, müsst ihr die Ursache suchen und beheben. Eine zweimalige Vermessung verhindert übrigens, dass sich im Nachhinein Probleme durch Auswaschungen an der Bremsscheibe ergeben und Bremsenrubbeln auftritt. Weiter geht es mit dem Bremssattelhalter. Bevor der Bremssattelhalter wieder eingebaut wird, ist dieser zu reinigen. Und Achtung, beachtet bitte beim Einbau das erforderliche Drehmoment. Kommen wir zum Bremssattel. Wurden bei der anfänglichen Sichtprüfung oder der Demontage Auffälligkeiten festgestellt, ist nun der Zeitpunkt der Ursache auf den Grund zu gehen. Wurde ein ungleichmäßiger Verschleiß des Bremsbelages festgestellt oder eine Verfärbung oder Riefen auf der Bremsscheibe, sollte ich mir den Bremskolben näher ansehen. Lässt sich der Bremskolben leicht zurückdrücken, lüftet der Sattel richtig, wenn nicht, lohnt sich ein Blick unter die Staubmanschette. Nicht selten ist hier durch Korrosion die Bremsenproblematik zu finden. Ist der Bremskolben unter der Staubmanschette stark korrodiert, für deinem Austausch des Bremssattels kein Weg vorbei. Und passt bitte auf, aufgrund der Staubmanschettenbauweise kann es nötig sein, diese nach der Demontage ebenfalls zu erneuern. Für die Kolbenfläche und die Faustseite zum Bremsbelag gilt natürlich auch, diese müssen gereinigt werden. Vor der Montage der Bremsbeläge ist noch ein letzter Blick auf den Bremskolben nötig. Es gibt Bauarten, die eine definierte Kolbenstellung vorschreiben. Ein Hinweis auf eine solche definierte Kolbenstellung kann eine sichtbare Nut im Kolben sein. Hier ist den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu folgen. Vernachlässige ich diese Einstellung, kann es zu Komforteinschränkungen wie zum Beispiel Geräusche kommen. Gibt es grünes Licht beim Bremskolben? Sind die Führungselemente, das heißt die Führungsbolzen und die Buchsen zu prüfen. Lässt sich der Bremssattel nicht leichtgängig verschieben, sind diese Bauteile auszutauschen. Ein Tipp zu ATE Bremssystemen, wir empfehlen grundsätzlich den Austausch der Führungsbolzen und der Buchsen und der Bremssattelhaltefeder. Das gilt vor allem für Fahrzeuge mit höherer Laufleistung ab 100.000 Kilometer. Jetzt noch ein Profitipp, mit dem ATE Bremssattelreparaturkoffer habt ihr die passenden Führungsbolzen und Buchsen sofort zur Hand. Ganz wichtig, die Führungsbolzen dürfen bei der Montage des Bremssattels bei diesem System, also dem ATE System, nicht befettet werden. Die Führungsbuchsen sind nämlich aus kleidfähigem Gummimaterial. Nächster Schritt, die Bremsbeläge. Beim Bremsbelag ist auf die Bauform zu achten. Ist der Bremsbelag laufrichtungsgebunden? Wie sieht die Rückenplatte aus? Ist diese blank, gummiert, strukturiert, mit einer Klebefolie versehen? All das ist bei dem Einbau zu beachten und zu berücksichtigen. Die Beschaffenheit hat auch einen Einfluss auf das Befetten des Bremsbelags. Hierzu haben wir schon ein kurzes Video gedreht. Reinschauen lohnt sich. Grundsätzlich gilt aber, metallische Oberflächen, wie die blanke Rückenplatte und die Führung, sind mit einem geeigneten Schmiedmittel, wie zum Beispiel Plastilube, zu befetten. Und bitte, am Zubehör sollte bei keiner Bremsenreparatur gespart werden. Führungsbleche oder montierbare Geräuschdämmbleche für die Rückenplatte unterliegen auch einem Verschleiß und sollten entsprechend mitgetauscht werden. Wurden nun alle Punkte beachtet, kann der Bremssattel montiert werden. Auch hier gilt wieder, Drehmomente beachten. So, fast fertig. Um die Reparatur nun abzuschließen, ist vor der Montage der Felge ein Blick in die Felge auf die Auflagefläche zur Bremsscheibe zu werfen. Ist hier Korrosion zu sehen, sollte diese vor der Montage entfernt werden. Bei der Montage der Felge sind natürlich das vorgeschriebene Radanzugsmoment und der Anzugsprozess zu beachten. Zu guter Letzt und als Empfehlung für eure Kunden, damit sich die Bremsbeläge und die Bremsscheiben aneinander anpassen, sind die Einfahrvorschriften des Fahrzeugkehrstellers zu beachten. So sieht also eine einwandfreie Reparatur einer Scheibenbremse aus. Eine ganze Menge, was man beachten muss. Aber ihr seid ja nicht alleine. Wenn ihr Informationen braucht, wie die Scheibenbremse zu reparieren ist und wenn ihr unsicher seid, was zu tun ist, unsere Continental-Hotline hilft bei Fragen rund um unsere Produkte gerne weiter und steht per Telefon, Mail oder auch Chat gerne zur Verfügung. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr weitere Videos zu unseren Produkten mit nützlichen Tipps zur Auswahl und Montage und weiteren Serviceangeboten. Schaut bei uns rein oder ruft bei uns an. Tschüss, bis bald. Schaut bei uns an. 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 Vielen Dank.